Diese hier, Ariel Color Plus, extra Fasserpflege, oh mein Gott. Es riecht wie die echte Ariel. Es riecht wie die Wäscheparfum von Ariel. Ich mache jetzt meine Handtücher, meine Bettwäsche. Oh mein Gott. Es riecht wie die echte Ariel. Ich mache 60 Grad. Okay, ich nehme zuerst das da. Oh mein Gott. Wir brauchen nicht viel, ja? Nur so, weil es riecht sehr stark. Für Weichspüler nehme ich Ryu. Ich weiß nicht, ob das gibt es noch im Laden, aber ich liebe diese Ariel, weil es riecht immer noch wie die echte. Ich nehme meinen Mix Ryu und ein bisschen von Muschio Bianco. Wow, Ryu, riecht so gut. Also die hier, empfehlungswert. 60 Grad reicht schon. Um, ich nehme mich zuerst. Jetzt geht's ... Untertitelung des ZDF, 2020 Schau, wie schaumig und riech auch sehr stark, wir brauchen nicht viel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, wenn du liebst Ariel Duft, das ist echt zum Empfehlen. Extra Wasserpflege Ariel Color Plus, oh mein Gott, riech wie die echte Ariel. Und schau mal schau, wow, wir brauchen wirklich nicht viel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020